Das ist wieder so das Problem hier. So, okay. Jetzt müssten wir nur noch Rumpf... Fahrwerk. Fahrwerk und Rumpf hatten wir hier nicht. Warte mal, das Fahrwerk war doch das da hinten, oder? Gibt es hier denn noch... Ach, das Fahrwerk. Okay, so, jetzt haben wir nur noch Rumpf. Da putze ich hier einfach mal rum. Was ich sehe, ist ja genug Rumpf und Dreck da. Und dann wird das irgendwann schon fertig sein. Hoffe ich. Und dann wird das. Ich hoffe, ich muss nicht allzu sehr hierüber in die Witzen. Aber hier ist natürlich auch tricky, so warte mal. Ich sehe hier den Dreck, ich habe hier die Pistole, aber das ist so ein Winkel, dass das da nicht hinspritzt. Und ich habe mich hier gerade irgendwie verwurstelt, dass ich mich gar nicht bewegen kann. Ah, das ist das hier, machen wir das gleich auch nochmal weg. Okay. 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 Das ist auch noch da. Überall, wo es dreckig aussieht, einfach mal den Wasserstrahl hinhalten. Ich würde da gerne mal so ein bisschen zwischen, aber das ist genau dieses Ding hier. Wo ich dann immer gegen Dome und dann immer woanders bin. Ja, der Level ist echt blöd. Du donkst hier überall gegen, ich komme jetzt nicht raus. Und kommst aber auch nicht dahin, wo du putzen willst. Muss, kannst, darfst, willst. So. Das ist hier die gleiche Ecke. Ich möchte hier ein bisschen höher, sodass ich da dran komme. Aber auch da komme ich da nicht an die Ritze. 97 Prozent. Siehste, jetzt donge ich hier wieder gegen und komme da nicht an das, was ich putzen will. So, hier haben wir noch einiges. Da ist auch noch was. Ja, siehste, ich sehe hier den Dreck, aber der Winkel ist falsch. Und ich komme da auch nicht anders hin. Ich will hier hoch. So, dann lass mal gucken. Da sehe ich Dreck. Probieren wir es mal von hier. 98 Prozent. Ich komme hier nicht runter. Das kann ja noch lustig werden. Da sehe ich noch Dreck, aber da komme ich gerade nicht ran. Das ist nämlich genau... Genau. Warum hat er da eigentlich die Steuerung wieder geändert, frage ich mich gerade. Ich habe doch die Tastaturbelegung da geändert. Da ist ganz viel Dreck laut Ihnen. Ah ja, hier ist noch einiges. Das ist noch einiges. Das ist noch einiges. Ach, Meno. Ist das noch Dreck oder nicht? Ach, Meno. Also diese gelben Stellen. Die gehen wir hoch. Oh, nur nicht mal 99. Das ist aber sehr undankbar hier gerade. Fast weg. Jetzt haben wir 99. Hier ist noch einiges. Ja, durch diese ganzen Witzeln hier, da ist auch noch was. Jetzt suchst du hier wirklich nur Krümel, dass du die 100% zusammenkriegst. Aber wie gesagt, diese Witzeln hier und da. Du kommst da hier auch nicht... Nee, du sollst runter. So wirklich dran. Da ist auch noch was. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann sucht sie hier die Krümel nur heute. Aber die Schmutztaste, die ist nicht so... Wer weiß... Hier ist noch was, auf jeden Fall. So, hier ist auch noch was drin. Ja! Juhu! Ich hab's geschafft. Ja, nicht mein Traumjob hier der Level, aber okay. Zurück zur Lobby. Ja. Ich hab's Raumschiff geschafft. So, dann haben wir beim Berufsmodus nur noch den Panzer. Der sieht auch sehr... Ich hoffe, der ist nicht so groß, aber den zieh ich jetzt auch noch durch. Und dann machen wir die Tiere. Nee, das ist wirklich alles, ne? Ich hab da nichts mehr. Oder da? Nee. Der Panzer ist das Letzte, ne? Dann mal los. Auf jeden Fall keine Schwerelosigkeit. Das ist schon mal super. Ach so, das ist ein Spielzeug. Ich bin hier wieder in Toy Story. Der müsste aber relativ schnell gehen. Also, so lange wie das Raumschiff, wird's nicht dauern, denke ich. Ja. Hier muss ich mal gucken, wo ich dann dazwischen komme. Aber ich denke, da muss ich mich einfach dazwischen können. Und dann muss ich mich einfach dazwischen. So, Lauffahrt. Und noch ein Rad. Und noch eins. So, bei den Antriebsrädern muss ich jetzt mal gucken. Ach, die sind auch extra. Wo die überhaupt noch direkt sind, die Leiträder. Komme ich da von der anderen Seite oder von dazwischen? Ah, hier. Jawohl. Mhm. Ja, da komm ich dran. Ja, da komm ich dran. Okay, erster Stern. So, das war das. Also, wir machen mal erstmal von oben. Komm schon wieder runter geplumpst. Oh, das ist bei dem. Wo ist denn jetzt hier? Warum ist hier keine Stelle mehr, wo ich mich hin darf? So ein bisschen rostig, ein bisschen hartnäckig. Gibt es ein Spielzeugpanzerrostig, kann mir das mal einer sagen? So, das war die Klappe, was ist das? Das ist die Turmpanzerraum. Das ist eine Hohle-Klappe. Warte mal, muss auch. Da ist so ein Omorando. Was ist denn das hier? Das ist eine Antenne extra. Kann ich das putzen? Soll ich das putzen? Soll ich das putzen? Okay, das ist gar nicht zusammen. Das ist Ober- und Unterteil einzeln. Okay. Da komme ich immer am besten ran. Ach, dann ist das auch noch unterteilt. Was ist das? Fenster? Ah, jetzt. Was machen wir hier? Ja. Okay, das wird von oben besser. Ich bin schon wieder runtergeplumpst. Ich werde nicht mehr. Wieder hoch. Plumm. Sehr hartnäckiger Dreck, muss ich sagen. Oder wie gesagt, Rost. So ist das Seil hier extra. Kabel. Das wird als Kabel tituliert. Okay, finde ich, es ist ein Seil, aber ich will mich da nicht streiten. Ich putze alles. Wieso kann ich hier nicht so laufen, wie ich will? Wieso gehe ich hier nicht rückwärts? Vorwärts geht es auch nicht. Auch hier, ich komme hier nicht weiter. Dann fliege ich runter. Es ist sehr merkwürdig. Da ist doch überhaupt keine... Blockade. Was ist das denn hier? Also, das ist Ausspruch. Hier ist unter dem Seil noch alles drin. Okay, beim Panzer geht das Auspuffrohr überirdisch. Und gerät auch so. Kettenschütze. Achso, die Ketten wir auch noch machen dann. Okay. So. Okay. Und jetzt ist wie das ... Oh, die Kettenschutz. Okay. Okay.